Die Scouting-Dialoge bieten mir die Gelegenheit, spannende und interessante Gründerteams kennenzulernen und innovative Geschäftsmodelle zu entdecken. In den gescouteten Projekten sehe ich eine Menge Potenzial für frische, neue Wege, Dinge anders zu machen, wie etwa vor 20 Jahren gemacht worden ist. Die Vernetzung mit Studierenden und anderen Scouts ist eine einzigartige Initiative, die ein Zusammenbringen beider Seiten ermöglicht. Untertitelung des ZDF, 2020